und spaß sind das behinderte zombies auch hoch müssen wir oder Aus dem Weg! Aus dem Weg! Der KI verpiss dich. Hä? Hallo? Komm schon. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Ich hab gedacht, die erste und die siebte sollen wir nur sichern. Sag ich Stopp. Hier, jetzt muss man ein bisschen aufpassen, mein Freund. Wo ist das Treppenhaus? Wie komm ich jetzt runter? Ich muss sagen, ich muss sagen, mein Controller funktioniert übrigens gerade sehr gut, ohne Probleme. Also die Stelle hier ist gerade voll bescheuert irgendwie. Labyrinthen rumlaufen und Spinnzombies jagen, ist mein Scherz. Wo ist die Treppe? Ich bin schon wieder hier. Ich geh aus dem Weg. Ich geh aus dem Weg! Hoch! Treppe, wo bist du? Treppe! 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 Hallo? 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 Ach Gott. Ne, 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 ne. Also... Das Missionsdesign haben die hier ganz schön verhauen, ey. Ja, schön. Und dass die Kamera immer automatisch in die Richtung da einfach mal schaut. Ich hab mich komplett verwirrt damit. Aufzug! Oh Gott! Nein! Nein! Controller! Hab ich schon gesagt. Na toll. War ja klar. War sowas von klar. Er steht. Was jetzt? Hose runter. Keine Ahnung. Rausklettern. Ich steige durch das Dach. Helfen Sie mir. Roger! Gut. Und was mach ich? Ich will auch hoch. Geht klar. Geht klar. Äh. Und jetzt müssen wir wieder 5 Millionen Stockwerke weiterlaufen um dahin zu gucken wo ihr eigentlich eben hin wollt. Aua. Ach du warst das. Du Arsch da oben. Wann das? Äh. Ich hab immer noch... Ich hab immer noch keine Ahnung warum die uns angreifen. Ich mein die können uns auch mit... sich mit uns zusammentun um gegen die Zombies zu kämpfen. Ist irgendwie keine Ahnung. Ja. Morgen ungeballer ohne Ende. Ja. Da friss. Arsch. Haha. Genau. Und mehr Munition. Keine Schachfiguren. Mehr Schachfiguren. Mehr Schachfiguren. Und tschüss. Ist doch noch einer. Genau. Blablabla. 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 Komm ich hier weg. Blablabla. 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 Hä? Da war noch was. Hallo? Achso. Ja. Huii. Und weiter geht's nach unten. Alles klar. Jetzt kommen gleich wieder 5 Millionen Zombies. Oder Chinesen. Irgendwann holen ich nochmal die Granate raus. Die Musik ist so laut, ich muss mal kurz leiser machen. Moment. So. Mal 1 platzen. So, wir müssen, glaube ich, runter gehen. Oh, lass die in Ruhe, komm. Ach, die sind da unten. 3, 2, 1, meins. Oh, oh, ich hab die Granate geschmissen. Oh, oh, oh. Oh, oh. 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 Oh, war das knapp. Habt ihr gesehen? Bullet Time, ey. Geisel im Erdgeschoss sicher. Oh. Verstanden, Alpha. Und jetzt raus da. Oh. Komm, trag dich. Die muss laufen, aber die anderen wurden getragen. Chris ist zu alt und zu schwach. Yeah. Hallo. Ja, das ist ja wieder... Wir sitzen in der Falle. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Ja, wird ja nur alles bombardiert. Auf der dritten Etage ist ihr Ausgang. An der Westseite des Gebäudes befindet sich ein Balkon. Beeilung. Ja. Ist klar. Also, Pierce, ne? Weiß der Bescheid. Ab geht die Post. Alpha Team, sofort raus da. Die Bombardierung des Gebäudes steht kurz bevor. Flugzeuge sind im Anflug. Wir sollten weg sein, wenn das Feuerwerk statt. Vier Klick. Ich habe gedacht, wir hätten noch Zeit. Wo muss ich denn hin? Das ist ein bisschen hier raus. Ey, Junge. Komm. Pierce. Äh. 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 Jetzt gehen wir hoch. Genau in die falsche Richtung eigentlich. Waaah! Oh mein Gott! Ja, und auch Gegner, genau. Pierce, Pierce! Komm schon! Huch! Nee! Komm! Ist er jetzt da runtergefallen? Ein Scherz. Pierce! Komm schon! Du schaffst nicht! Bist du auch nur nur sie? Puh! Knappe Sache. Knappe Sache. Knappe Sache. Knappe Sache. Knappe Sache. Fynn? Hm. Fynn? Hm. 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 Jo, also wie man sehen konnte kommen jetzt doch die anderen Zombies anscheinend waren wir irgendwie früher da als Leon ok gut zu wissen so ja natürlich müssen wir jetzt alles neu kaufen öh, warum kann der so viele kaufen? ach, das sind nur verschiedene Configs ah, wir haben noch das, was wir mit dem Leon gekauft haben cool hm Urschlag, Rang 2 wie viel kostet der? was? nö, dann lass ich das so und spare mein Geld alles klar, weiter geht's ah, hoffentlich kommt jetzt mal ein bisschen was anderes als nur Geballer die dann sozusagen das war ein bisschen anstrengend und nervig Republik Edonia Osteuropa oh, Weihnachten 24. Dezember deswegen sag ich ja immer Patrouille und Aufklärer immer zu zweit aber nein, er muss ja alleine gehen alle herhören die Aufgabe der BSAA ist es den Bioterrorismus zu beenden das können wir nur schaffen wenn wir zusammenhalten niemand ist entbehrlich ganz genau und auch wenn alle hier bereit sind für unsere Sache zu sterben ist es meine Aufgabe dafür zu sorgen dass das nicht passiert was ich zusammenfinde sorry Sir niemand wird zurückgelassen nicht bei mir verstanden? ja Sir Finn Statusbericht Finn? schon gesagt er war tot hä? was? wie? wo? Zeit verschoben? nicht 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 die Führung nennt sie BJAVO sie sind äußerst intelligent unglaublich stark und haben die eigenschaft als direkte Reaktion auf körperlichen Schaden zu mutieren gut alle wissen was zu tun ist wir teilen uns in drei Teams auf los alles klar ja Sir du bist der neue ja Sir Finn McCauley ich weiß du hast Angst aber deine Kameraden decken dir den Rücken ja Sir ich werde mein Bestes geben so dort kennt keiner Angst ist der immer so inspirierend Karten ... ... ... ... ... ... Vielen Dank.